Das Spiel wird morgen wieder ein sehr intensives Spiel geben. Wie wir jetzt die zwei Spiele, die wir in der Champions League schon gespielt haben, gemerkt haben oder gesehen haben, dass jede Mannschaft gewinnen kann. Und daher werde ich unser Team auf das vorbereiten. Wir wollen natürlich jetzt auch auf das letzte Meisterschaftsspiel eine Reaktion zeigen und hoffen, dass das dann dementsprechend gut rüberkommt und dass wir schlussendlich die Punkte hier behalten können. Danke. Ich weiß, dass der Spiel ein schweres Spiel sein wird, wie bei den ganzen Spielen in der Champions League. Und die andere Frage, also das hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt die nicht mag, sondern Bruno war jetzt auch verletzt. Und Ayman hat natürlich auch lange nicht gespielt. Also das ist dann schwierig, so einem Spiel die zwei Spiele einsetzen zu können. Die Verletzungen glaube ich nicht, dass das Einfluss hat. Also wir haben ja auch großes Kader. Und dementsprechend sind die Spieler, die Mosen-Spieler, die können sich beweisen, können zeigen, dass sie für Allah Ali spielen und dementsprechend alles für diesen Verein geben, zu können. Vielen Dank. Das erste ist, du spielst, also wir haben, klar, drei Spiele, also im gesamten Besitz, drei Spiele verloren. Wir haben 26 Spiele gemacht mit mir, wir haben zwei Spiele bei der Klub-FM verloren. Die eine Mannschaft ist Real Madrid, die andere ist Flamengo und wir haben ein Spiel verloren jetzt in der Champions League gegen Al-Hilal. Das sind drei Spiele, aber 26 gespielte, also 23 Spiele nicht verloren und das ist natürlich eine gute Leistung. Und dass es über ein ganzes Jahr immer nur bergauf geht, das ist bei den wenigsten Mannschaften so und das ist bei uns auch so. Wir haben eben auch Verletzte, wo man dann wechseln muss, wo vielleicht der eine oder andere nicht diesen Rhythmus hat. Und das ist aber sicher nicht die Klub-WM, die da zuständig ist. Also es ist natürlich wichtig und es ist alles beantwortet. Ja, ich kann anfangen. Es ist wichtig natürlich, dass die Spieler auch wissen. Und das habe ich auch mitbekommen, immer wieder der Fall, dass dann im Nachhinein ein bisschen weniger gemacht wird. Also die Spieler haben das Gefühl, dass weniger gemacht werden muss und das ist nicht der Fall. Wir brauchen die 100 Prozent. Aber ich weiß auch, oder wenn ich sie frage, sie schreiben auch nicht jeden Tag einen Bericht, der von gleich vielen Personen bejubelt wird. Oder nicht. Und das ist beim Fußballspiel auch so. Er macht auch Fehler und ist nicht jeden Tag gleich gut drauf. Und das sind Menschen wie du und ich. Und von daher ist für mich das eigentlich auch normal, dass das mal ein bisschen weniger sein kann. Und den Moment, also dieiten der Freude sind. Deshalb gibt es einen anderen Weg zu sein. Ja, ich sehe die Leute zusammen. Dass wir diese Leute bei mir in einer Tage mit der Welt macht es entwortert. Wir wissen, dass wir im Nachhinein haben ein paar Pool besproof. Er hat sich nämlich drei reflektoren, außer wir sind bei der 28er Rade. Wir hatten drei Matches folges, der Kerbe mit dem Natsch danach – der Matsch dauert – der Matsch nach Real Madrid. Es ist ein Gerät für das Welt. Er hat die Matsch nach Real Madrid. Er hat die Matsch fort was gesessen nach dem Flamingo zu nehmen. Wir wissen, dass wir gewusst haben. Wir wissen, dass wir sehen, wie wir ein Teil der Matsch nachhinein. Es kann man sich auf die Hälfte des Soudanischen. Aber wir haben 26 Jahre lang. Wir müssen die ganze Zeit haben. 26 Jahre lang. 23 Jahre lang. Das zeigt, dass wir uns sehr gut sind. Wir müssen wir in der Echtbarung nehmen. Wir müssen die Änderungen nehmen. Und die Veränderung. Und die Veränderung. Wir müssen die Veränderung haben. Das ist ein bisschen. die mit Schwerke, in der Schwerke, der wird etwas mehr. Aber wir können das nicht ansprigieren, aber wir können das auf dem Thema nachdem wir das Thema. Ich glaube, dass die Kasse des Allem war das Grund, aber ich habe von den Nachbarnen, die voranwenden, dass es, das nicht auf jeden Fall ist, dass die Kasse des Allem wird, die Kasse des Allem wird nach dem Thema weitergeleitet. Das ist mit der Kasse des Zähne und 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 der Kasse des Zähne mit der Kasse des Zähne Das ist wichtig, dass sie sich in der Zeit fühlen, dass sie sich in der Zeit fühlen. Aber wir arbeiten mit ihm und arbeiten mit ihm. Das ist eine wichtige Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns mit den Böden mit dem Böden. Ich hoffe, dass ich euch alle anderen, wie viele Menschen, nicht alle Taktionen, wird das Geld geben. Nicht alle Taktionen wird das Geld geben. Er wird ein guter Takt im MDR. Es ist einfach nur ein guter Takt. Und wenn man die Böden ist, wenn man eine Arbeit im Weltkrieg hat, wird es einfach nicht gut sein für uns zu tun, oder wenn man eine Zeit hat, man hat es ein bisschen mehr zu tun. Es ist alles klar, und es ist nicht so einfach. Es gibt keinen Fall für den Weltkriegen. Es ist einfach nur ein hoher Zeit. Also auf der Weltkriegen, und man muss es einfach nur ein Zeitraum. Das muss man diese Zeit machen. Das ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Zeit beschäftigen können, und wir können uns herausfinden, um es zu schnell zu kommen. Herr Koehler hat gesagt.